Ein versöhnlicher Abschluss bei dieser Handball-WM. Deutschland besiegt Norwegen mit 28 zu 24, rächt sich nicht nur damit gegen das verlorene Spiel in der Hauptrunde, wo man mit zwei Toren unterlag, sondern wird am Ende Fünfter und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr versöhnlicher Abschluss. Wir haben gezeigt, was für Potenzial wir haben, dass wir noch nicht ganz mit den Top-4-Mannschaften mithalten können, aber dass wir zur erweiterten Weltspitze gehören und ich denke, das ist auch sehr, sehr viel wert. Und was Andreas Wolf heute wieder gehalten hat, ich glaube, das ist einfach nur unglaublich. 18 Paraden wieder, über 40% gehaltene Bälle. Das ist eine unglaubliche Quote. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach nur unglaublich, was Andreas Wolf gemacht hat und wenn unsere Spieler durchgehend so eine Leistung gehabt hätten wie Andreas Wolf, wären wir zehnmal in diesem Jahr Weltmeister geworden. Aber es ist nochmal nicht so, wir haben noch Potenzial nach oben und wenn wir unsere, sagen wir mal, kleinen Fehler noch beheben können, wie Andreas Wolf sagte, wir sind die Weltmeister der 40 Minuten. Das ist nochmal so, gegen Top-Mannschaften kannst du nicht nur 40 Minuten gut spielen, da musst du auch über die kompletten 60 konzentriert sein. Dass mal Fehler passieren können, vollkommen okay, das passiert auch den Top-Nationen. Aber so viele Fehler wie uns meistens in den letzten 20 Minuten passieren, habe ich noch bei keiner Top-Mannschaft gesehen. Es ist auch sehr aufgefallen, dass wir wieder so ab der 41., 42. Minute wieder ein paar mehr Fehler drin hatten und die Norweger kamen auch wieder ran. Und wenn wir Andreas Wolf nicht gehabt hätten, der uns wirklich den Rücken frei gehalten hat, denn es gab eine Situation, da hätten die Norweger bis auf ein Tor rankommen können, wo Andreas Wolf den Tempo-Gegenstoß grandios abwehrt. Und wenn das Tor drin gewesen wäre, ich will nicht wissen, wie das ausgegangen wäre. Eventuell hätten wir das sogar noch aus der Hand gegeben. Ja, hatten am Ende auch noch ein bisschen Glück, dass Kai Häfner den Fallwuch aus dem Stand irgendwie durch die Beine des norwegischen Torwarts kriegt. Aber im Gesamten würde ich sagen, haben wir Moral bewiesen in diesen letzten beiden Spielen. Es ist immer enttäuschend, rauszufliegen im Viertelfinale, so kurz vor den Medaillen. Aber dann noch die Moral zu haben, gegen Ägypten und gegen Norwegen zu gewinnen und diesen fünften Platz wirklich haben zu wollen. Also wirklich sagen, wir wollen diesen fünften Platz haben und somit logischerweise unter den Top-Mannschaften oder Nationalmannschaften der Welt zu stehen. Dass man diesen haben will mit diesem Biss, das fand ich sehr, sehr interessant. Sehr gut und wir haben es uns heute auch mehr als verdient mit diesen Leistungen, die wir in den letzten beiden Spielen gezeigt haben. Und ja, nächstes Jahr ist unsere Heim-EM, ist es ja, stimmt, EM ist es. Und da wollen wir natürlich um die Medaille mitspielen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir da noch ein Stückchen weiter nach oben könnten, was wir dieses Jahr erreicht haben. Aber im Gesamten denke ich, wir haben sieben Spiele gemacht, wir haben zwei verloren, bitter verloren. Aber ich sage mal so, im Gesamten glaube ich, wenn man das Ganze sieht, haben wir ein super Team, wir haben einen super Torwart, nicht nur einen, sondern zwei. Und ich bin sehr gespannt, wie die Heim-EM nächstes Jahr für uns laufen wird. Ich traue uns viel zu. Wenn wir noch ein bisschen mehr daran arbeiten, ist da sehr viel drin. Und dann traue ich uns auch mindestens zu, dass wir um die Medaillen spielen. Wie fandet ihr das Turnier unserer Mannschaft? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.